kurzes multimediales update zwei dinge das erste ich war letzte woche in frankreich auf einladung der feuerwehr dort und bin in nord einsätze mitgefahren hat mir ein paar sachen angeguckt war dort auch in brandhaus das ganze jetzt geben als sie sehen das ist ein elektronisches magazin im pdf format zum download ich hoffe so circa in den tagen nach weihnachten das nächste in eigener sache wäre ich habe mir mal das zukunftsforum das die frau mal ein bisschen genauer angeguckt und dazu bin ich zu einem schluss gekommen und zwar wenn wir schon die möglichkeit haben hier ein bisschen zugang zum dv zu kriegen sollten wir das auch wahrnehmen und nicht indem es auch aber nicht indem wir jetzt zu sehr meckern sondern einfach mit einer geeinten stimme bestimmte sachen übergeben informationen übergeben und was für informationen das sind das können wir selbst bestimmen und das geschieht auf zweierlei art und weise das erste ist es gibt eine gruppe im fnitz nennt sich wir sind die feuerwehr das ist der name der aktion dort können wir bereden was für eine resolution das soll nämlich das ergebnis sein aufsetzen wollen und das nächste ist diese revolution resolution nicht revolution soll von möglichst vielen getragen werden im webblog wird es dann publiziert und dort kann man sich in den kommentaren eingeintragen oder man schickt uns eine e mail an eine bestimmte adresse und das ganze wenn es möglich viele sind können wir dann auch sagen okay die chance dass wir das sagen konnten haben wir auch wahrgenommen weil ansonsten heißt es ja ihr habt ja nichts gesagt womit die sich das natürlich ein bisschen zu einfach machen würden so kann das nicht gehen also würde ich mich freuen wenn ihr mitmachen würdet okay das war's so so Untertitelung. BR 2018